So, dann wollen wir doch mal dem Arena-Leiter hier unsere Meinung sagen. Hallo Champion-Spiel! Hi! Herzlich Willkommen in der Arena der Zinnober-Insel. Hier wirst du gegen den hitzköpfigen Quizmaster höchst selbst antreten, Pyro. Er ist ein Meister der Feuer-Pokémon, also stehen deine Chancen mit Wasser, Gestein und Bodenattacken am besten. Natürlich musst du vorher Pyro erstmal erreichen. Oh, okay, was muss ich dafür tun? Du wirst dich durch die Arena quizzen müssen. Pyro liebt Quizze und Rätsel. Beantworte alle Fragen richtig und dann erreichst du Pyro. Solltest du falsch antworten, wirst du kämpfen müssen. Das ist das beste Arena-Design, was ich bisher gesehen habe. Auf jeden Fall sehr viel besser als Mülleimer-Schalter finden. So, ähm, stellen die Maschinen mir hier die Fragen? Frage 1. Entwickelt sich Raupi zu Safkorn? Äh, ja! Frage 2. Gibt es 9 offizielle Pokémon-Orden? Ich hoffe nicht. Da käme ich mir ganz schön dumm vor, wenn ich hier eine ungleichmäßige Anzahl links und rechts dran hätte. Also, nein. Frage 3. Entwickelt sich Quapsel dreimal? Oh, oh, der ist zum Nachdenken. Also, Quapsel entwickelt sich einmal zu Quapuzzi und dann zu Quapo. Das sind ja nur zweimal. Aber dann gibt's ja noch Quaxo. Aber trotzdem, ist das dreimal? Ich meine, das einzelne Quapsel entwickelt sich ja nur zweimal dann. Ah, und gibt es hier überhaupt Quaxo? Moment. In welcher Generation bin ich hier eigentlich? Okay, ich nehme einfach Nein. Frage 4. Ist Lumpi das Patronen-Pokémon? Was ist denn ein Lumpi? Nein. Frage 5. Ist TM28 die Frosch-Attacke? Die Frosch-Attacke? Nein. TM28 ist Schaufler. Die hab ich sogar. Vielleicht hätte Team Rocket lieber versuchen sollen, die Frosch-Attacke zu stehlen. Also, nein. Oh, perfekt. Sehr gut. Haha. 5 Richtige. Ich bin Pyro, der Arena-Leiter der Zinnober-Insel. Meine Feuer-Pokémon lassen die Siegesträume meiner Gegner in Flammen aufgehen. Du solltest vielleicht lieber schon mal ein paar Feuereiler parat halten. Los, Fucano. Los, Labras. Fucano, Glut. Los, Labras. Setz Surfer ein. Los, Pornita. Los, Labras. Nochmal Surfer. Los, Galoppa. Galoppa, setz Feuersturm ein. Los, Labras. Nochmal Surfer. Los, Akani. Akani, setz den Bodycheck ein. Los, Tragosso. Los, setz Knochmerang ein. Tragosso. Oh mein Gott, Tragosso hat sich entwickelt. Mein Feuer ist erloschen. Du hast dir den Vulkan-Orden redlich verdient. Ha, ha, ha. Der Vulkan-Orden steigert die Spezialfähigkeit deiner Pokémon. Nimm außerdem dieses Geschenk. Feuersturm ist die mächtigste Feuerattacke. Leider ist sie gegen Wasser-Pokémon nutzlos. Dankeschön. Was hast du denn jetzt vor? Dir fehlt ja nur noch ein Orden. Ja, aber ich weiß nicht, wo ich den herbekomme. Ich habe das Gefühl, ich war schon überall. Hm. So wie es aussieht, fehlt dir der Erdorden aus Vertania City. Vertania City? Ja. Aber da war ich als erstes. Wieso ist mir denn die Arena da nicht aufgefallen? Ich meine, zugegeben, damals wollte ich noch nicht die Arenen machen, aber trotzdem. Das kann ich dir auch nicht sagen, aber ich weiß mit Bestimmtheit, dass in Vertania City eine Arena ist. Ja gut, dann bin ich wohl auf dem Weg nach Vertania City. Ich komme zurück, ich komme zurück, ich komme zurück.